Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Medieval Dynasty aus die GameStudio. Mein Name ist Master Schröder und ja, wir waren ja zuletzt unterwegs in unserer, ja, Region, in unserem Bereich. Sind jetzt hier oben in, oh Gottchen, wie spricht man es aus? Hier Zerika, hätte ich gesagt. Und sind eigentlich auf der Suche nach einem Eimer. Ja, jetzt könnte man natürlich eigentlich mal fix schnell hier durchrennen, da rüber und dann nochmal in Hornika nachgucken. Vielleicht haben die einen Eimer. Ich denke, das werden wir auch schnell tun, so viel Zeit haben wir noch. Wir sind eh, ja, nur Reisende, müssen uns ein bisschen auf unser Nahrungsmittel und auf unseren, äh, wo renne ich denn hier überhaupt raus, irgendwie aus der Stadt? Äh, ziemlich nördlich. So, ich muss da eh über die Berge rüber irgendwie. Ähm, und, ähm, ja, in unserem Dorf arbeiten einige Leute hoffentlich recht erfolgreich. Ich weiß nicht, ob das Brennholz ausreicht. Das ist jetzt das Einzige, wo ich jetzt gerade so im Hinterkopf Gedanken dran habe, ob eventuell nicht dort der ein oder andere vielleicht wieder schon Sachen verheizt, die er nicht verheizen sollte. Aber, gut, wir hoffen wir das Beste. Ja, wir gehen hier hinten oben durch. Dann kommen wir hier auf die Kreuze, kommen wir hier an den See dran vorbei. Dann kommen wir dort nach Hornika. Äh, vielleicht hat er da einer einen Eimer. Also eigentlich bin ich ja nur auf der Suche nach einem Eimer. Das ist ja mein ganzes, mein ganzes Ziel hier, äh, was ich gerade verfolge. Ähm, ein bisschen die Gegend dabei kennenlernen ist auch okay. Aber, wie gesagt, würde ich ganz gerne einen Eimer kaufen, um mal zu gucken, wie das mit dem Eimerprodukt funktioniert und wie man dann Brote bzw. Dinge mit Ei und Fisch und Fleisch und Mehl herstellen kann. So eine Fleischpastete oder sowas. Möchte ich dann einfach mal herstellen. Ähm, um es mal gemacht zu haben. Ähm, also, ja. Weiß ich nicht, ist die im Sommer oder ist die im... Nee, ist im Sommer, ne? Wir müssten nochmal ein bisschen jagen gehen. Also wir haben noch ein paar Punkte, die wir unbedingt lernen wollen. Nachdem wir ja jetzt, äh, dann stramm darauf hingearbeitet, dass wir den Lebewwurf haben und ihn dann eigentlich theoretisch gar nicht brauchen. Außer bei dem einen Haus noch, welches Altkind, wo es ein neues Haus wird man noch bauen und vielleicht eventuell noch den einen oder anderen Einwohner besorgen. Äh, ich weiß gar nicht gerade. Ich glaube dort, wir haben jetzt so einen Mann mehr als Frauen, ne? Wir haben eins, zwei, drei, vier Frauen. Wovon eine ist meine, das ist die rote hier oben. Wir haben eins, zwei, drei, vier, fünf Männer. Genau, wir können nämlich noch eine Frau uns dazu holen, ähm, die denn noch für uns arbeitet. Das sollte ja nicht recht fix gehen. Gut. Ähm, schöner Teich hier, ne? Muss man ehrlich sagen. Schöner, klarer Bergsee. Vom Wald umgeben, Bergen umgeben. Kein guter Bauplatz, nehme ich zu, aber sonst ganz schön. So, ich kann mal gucken, gibt es hier Fische? Nee. Nur gut. Ähm, ja, das mit dem Fischfang, das fand ich auch sehr interessant. Also, das war, war, war lustig, war das auch, das mal gemacht zu haben. Aber ich denke mal, da ist dann auch, ist einfacher, wenn man da jemanden einstellt und ab und zu dann mal Fischfleisch bekommt, damit dem Fischfleisch was macht. Und da haben wir eine ziehende Horde von großen Tieren, die uns böse wehtun können. Wir gehen da auch mal ein bisschen Kleinkreis drum. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wo stehen wir hier? An welcher Kreuzung? Ja, wir können auch hier oben über die Berge gehen. Und dann werden uns die Viecher nicht so gefährlich. Auch wenn wir jetzt, ich denke mal, mit der Bewaffnung, die wir haben, da durchaus ganz gut gegen die Tiere angehen können und ankommen. Und wir natürlich eigentlich, naja, ja, erstens Jagdpunkte und zweitens natürlich noch mal ein bisschen, ähm, Fleisch, Pelze, Leder zusammenbekommen, die wir eventuell bei der großen Näheaktion, die wir mal irgendwann machen wollen, umsetzen können. Das mit den Werkzeugen finde ich schon mal gar nicht schlecht. Also das hat ja auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, ähm, dort habe ich ja nicht was zu essen dabei. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, was zu essen dabei. Leinenfaden habe ich zwei dabei. Na gut, okay. Die muss ich jetzt nicht zwingend essen. Ah, da muss ich mal gucken, ob ich denn hier irgendwo mal im Wald noch zu essen finde. Ein paar Pilze oder so. Die müssten ja eigentlich wachsen. Ah, muss ich denn mal... Ach, da kann man nichts noch mitnehmen. So, jetzt gucken wir mal erstmal in dieses Dorf hier rein und ob wir jemanden finden, der eventuell einen Eimer für mich hätte. Ähm, wer ist hier handelbedürftig? Da hinten sind ein paar Händler, okay. Und hier sitzen ein paar Personen. Ich meine, hier sitzt auch schon eine Frau, die ich schon mal ganz gut bezürzt habe. Die eigentlich mitkommen wollte. Na gut, hast du einen Moment Zeit? Wie ist dir die letzte Zeit ergangen? Hast du einen Moment Zeit? Okay, das geht. Hast du einen Moment Zeit in die Jagd eingestiegen? Oh, das hat 10% gebracht. Hast du Adelige gesehen? Das bringt minus 2%. Na ja, dann nicht. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Du wärst... Oh, gar nicht mal so schlecht. Ähm, du bist der Blöcher, du kannst hier gut abbauen, sehe ich gerade. Gucken wir mal, wie sieht es bei dir aus mit deiner Stimmung? Hast du etwas Zeit? Klatsch und Tratsch. Hm, geht. Ähm, wie ist die Arbeit ist doof? Jagd eingestiegen? Geht auch. Ähm, wie ist es dir in letzter Zeit ergangen? Oh ja, sehr schön. Anders war's. Okay, 3% vom Ziel hängen geblieben. Wir haben ja schon Zustimmung, 65%. Ähm, jetzt haben wir 75%. Das heißt also, sie könnten wir, äh, sozusagen uns, warte mal, auf Wiedersehen, ranholen. Die ist sehr durchschnittlich unterwegs, so 2, 1, 2, 2, 2, also da kann man alles möglich mitmachen, nur nicht jagen lassen. Hm, das fand ich gar nicht schlecht. Würde ich sagen, ich hab da eine neue Siedlung, gut, wir sehen uns dort und dann lassen wir die gleich auch mal einziehen in ein wunderschönes Haus. Ähm, hier gibt es nämlich noch eins, das hat nur einen Bewohner. Ähm, dieses hier und dort können wir jetzt einen Bewohner zuweisen und dann haben wir hier unsere, ähm, Grümel da, wenn die erst mal bei 50% startet. Gut, das ist wahrscheinlich noch ein alter Wert, ähm, aber wir gucken zu. Wir haben einen neuen Dorfbewohner gekriegt, ist schon mal gut. So, aber jetzt sollten wir hier mal die Händler nochmal aussuchen. So, da hat einer eine Quest für mich, da müssten wir vielleicht mal schnell speichern. So, Helga wird wahrscheinlich nur Nahrung für mich haben. Und kein, zeig mir deine Waren, kein Eimer. Ja, das hab ich fast gedacht. Hm, schade eigentlich. Ähm, ja, dann würde ich sagen, erst mal auf Wiedersehen. So, dann gucken wir mal weiter. Wen haben wir hier noch sitzen? Äh, da hinten ist Carolina. Ähm, die sitzt hier drin. Ach, hier in der Nähe, Hütte. War ja auch sehr sinnvoll. So, ich denke mal, sie wird auch keinen Eimer für mich haben. Nee, hat sie nicht. Auf Wiedersehen. Harte, schade, schade, Limonade. Ähm, Helga, ist hier kein anderer Händler mehr? Guck, finden. Da hinten ist Jan noch. Ah, der steht auch an der Schmiede. Vielleicht hat der ja auch einen Eimer, vielleicht macht der Werkzeuge. Wir gucken mal. Hallo, Jan. Wie geht es dir? Zeig mir mal deine Waren. Und du hast alles mögliche, nur keinen Eimer. Eine eiserne Schaufel, eine Schuhrschere, ein Eisenhammer. Da ist alles dabei. Nur nicht das, was ich brauche. Aber auch, muss ich ehrlich sagen, wie gesagt, also Sensen sind sehr hoch im Kurs. Also das sind eigentlich, glaube ich, so die besten... Ähm, ich glaube auch, dass Eisern im Messen... Naja, obwohl, ne, 162. Da kriegen wir nicht ganz so viel für. Ähm, könnte gehen. Also Sensen können wir machen. Ähm, quatschig kurz voll. Schönes Wetter haben wir heute. Findest du nicht? Okay, auf jeden Fall. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz, was haben wir denn bei Diplomatie? An Fähigkeiten dazu gewonnen. 111 von 1000. Das ist natürlich jetzt auch nicht so viel. Technologie, da ist Diplomatie nicht dabei, ne? Ne, hier haben wir über Leben. Fischerhütte, 2500 Punkte bis zur Jagdhütte. 2,5, noch viel. Ähm, kleines Fischernetz. Das könnten wir auch nochmal machen, dass wir uns das herstellen können, damit wir dann vielleicht ein bisschen mal fischen können mit dem Netz oder sowas. Hier wird auch nochmal interessant sein, aber gut, hier wird dann die Näherei eigentlich eher interessant. Das wird hier vielleicht mal mit Leinenhosen oder sowas was machen, weil die auch mit 125, 100, 125, 150, bei 16 Pelz, da brauchen wir einfach nur 16 Pelze und Pelze haben wir genug. Dann könnten wir die verarbeiten, aber bloß ein Pelz ist wahrscheinlich Leingewebe 16. Leder, 30 Pelze, 150. Oh, die dicken Pelze, Lederhandschuhe sind schon ganz gut, kleine Tasche haben wir nicht hier, warum. Also da müssen wir nochmal gucken, was wir da so mit den Pelzen und sowas machen können, ob wir da richtig viel Geld mitmachen können. Hier rinnt noch ein Pelz rum. So, sehr gut. Also, immer noch keinen Eimer gekriegt. So, hier haben wir auch keinen Eimer gehandelt gekriegt. Also wir haben auf der Seite eigentlich alles abgegriffelt. Wo man handeln könnte. Also wir hätten jetzt hier oben nochmal, wenn wir dann das nächste Mal da oben mal langlaufen. Also, Borowow sehe ich noch eine Chance, dass wir dann einmal kriegen, aber eher gering. Aber wir könnten natürlich in dem einen Dorf könnten wir natürlich welche Mopsen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Habe ich ja nicht. Falls wir es brauchen jetzt auch nicht schneller, kann ich das mal schnell anwenden. So ein Eisenpfeil. Was wollte ich sagen? Ja, wir haben jetzt dann eigentlich alles abgeklappert und die einzige Chance haben wir, uns einen Eimer zu klauen. Also die Option gibt es immer noch. Ich hoffe, du bist nicht tot, du bist noch einen Weg jetzt hier. Hier sind ja durchaus auch mal Wölfe unterwegs, soweit ich weiß. Und ja, wie gesagt, das ist eigentlich, wenn ich das jetzt so recht entsinne, die einzige Option, die wir noch haben. Alter! Oh. Jetzt wollen wir knapp. Da wollen wir wirklich knapp. Blöden Viecher, ja. Muss noch mal ein bisschen Wildspinat pflücken. Ah, gut, das war schon ein bisschen den ganzen Mist geskillt haben. Eieieieieiei. Ist der denn jetzt so? Aber ist der... Die geheult vorher? Ich dachte, die heulen vorher. So, dann mal rein als Inventure. Ein Breitwegericht gefuttert. Ein Mann, Mann nach ihm. Das war ja jetzt mal gar nicht so schön. So. Wo will ich denn... Wo laufe ich denn eigentlich überhaupt hin? So, hier... Sie läuft ja auf einen geraden Weg dahin. Hier ist ja eine Mine. Mit einem Bär davor. Müssen wir ja noch nicht unbedingt haben. Also wir werden jetzt hier wieder rumrennen. Und hier ist ja der Spawn. Okay, naja. Dann haben wir das jetzt mal wieder hinter uns gebracht. Die beiden Böwfe sind tot. Ah ja. Ein toter Wolf ist ein guter Wolf. Aber ist das halt ein Wolf, ne? Wollte ich natürlich nicht mit ausschrecken. Aber gut, haben wir. Dann kriegen wir noch ein Wiesentier. Eine Eisenverhöhung. Wollte ich denn? Was weiß ich denn jetzt schon wieder? Ein, der Jan. Ich glaube, das verblutet langsam. Das schreit immer mal wieder. Und da wenigstens. Wollte blit. Die Geräte sind. Weg. Noch. Haben wir den Hirsch zumindest getötet Kommt wahrscheinlich gleich der Wolf hier oben an Na gut, haben wir noch ein bisschen Jagderfolg Wenigstens was auf der Reise noch erledigt Dann sagen wir mal die Eisenfahrt hier oben noch mal ein Oh, hier steht ein Baum drin So, wo ist der andere? Ah, hier direkt von meinen Füßen So, und dann geht es weiter hier Genug gejagt Jetzt ab nach Hause Nicht in die richtige Richtung eigentlich Ja Ähm Genau Gustovia oder wie das heißt Der Hauptsitz oder beziehungsweise der Verwaltungssitz Jetzt in unserem Gebiet Also da wissen wir, dass wir da nachts einen Eimer klauen können Der steht da nämlich einfach so rum Hm Hätte schon viel Schönes Aber gut Haben wir halt nicht Immer nicht wieder rein So, renne ich lang jetzt gerade Muss mich ja Ja, ich muss mich auch beeilen jetzt daran Dass ich zurückkomme Wie viel Fell, Fleisch und ähnliches habe ich jetzt eigentlich im Inventar Ähm Sechs mal Leder Dreizehn Pelze Und zwanzig mal Fleisch Ich werde dann nicht mal in den Lebensbalken mal ganz kurz Naja wohl, nö, kriege ich hier auch viel füllt Eigentlich sollte mich jetzt höchstens noch ein Wildschwein anfallen hier mal irgendwo Wenn ich das Recht in Erinnerung habe Dürfte nicht allzu viel passieren hier jetzt Aber gut Hier rennt schon wieder was hinter mir rum Jetzt einfach so ein Also dass mich ja Wolf schon wieder ein Populi bissen hat Das fand ich auch nicht nett Muss ich ehrlich sagen Also da stehe ich auch nicht so drauf Ich muss ja zugeben Ich mag Hunde auch nicht sonderlich Das hat auch den Grund Ähm Dass mich, äh Hunde durchaus schon mehrfach gebissen haben Äh Ich hatte durchaus schon mal einen in der Wade Und ich hatte auch einen, der mir ins Gesicht gesprungen ist Ähm Also mit offener Offener Schnauze Und dann Leider Gott, dass mich auch schwer verletzt hat Im Gesicht Wäre nicht, aber verletzt Ja, doch schwer war schon Also es hatte Hatte mehrere offene Wunden Die gebluckt haben da durch, ne Äh Ist nun mal so Wenn ein Hund dich anspringt, ne Mit offener Maul Dann, äh Kann schon mal Die Zähne sind halt ziemlich hart Und im Gesicht hat man halt eben doch ein paar Ähm Sagen wir mal Stellen Die relativ schnell Unter der Haut oder Knochen haben Sodass da nicht viel Platz ist Dass der Zahn Oder dass sich das nach hinten dehnen kann Und dass er natürlich gleich Die Haut aufreißt Und das Blut rauskommt Ähm Keine wichtigen Organe verloren gegangen dabei Ist alles noch, äh Einigermaßen so aus Wie es, äh Aussehen soll Kein Ohr abgebissen Oder Auch nicht am Augen Verletzungen gehabt Ähm Aber Ja, schön ist halt anders Ähm Deswegen bin ich da auch nicht unbedingt Der große Hundefreund Ähm Wenn ich das so Dann da mal auf den Punkt bringen kann Warum die ganze Vorrede Deswegen mir auch nicht unbedingt gefällt Wenn mir ein Wolf in den Popo beißt Hier In unseren Gefilden Und in diesem Spiel Ähm Denn ich identifiziere mich ja doch schon Ein bisschen mit dem kleinen Charakter Hier den wir hier haben Äh Den begleiten wir hier jetzt So eine sehr lange Zeit Und Ja Wir müssen natürlich auch mal zusehen Dass hier mein Sprössling heranwächst Und das aus dem was wird Ähm Kohl und Fleisch Ah ja Jetzt sind die in den nächsten Dann haben wir wieder vergammeltes Zeug da drin Dann können wir wieder ein bisschen Dung herstellen Und mal gucken Wofür wir brauchen davon Ich selber kann mein Fleisch Jetzt erstmal ins Nahrungsmittellager legen So kommen sie mal hier rein in die Hütte So Und da sehen wir Dass wir hier jede Menge Eier haben auch Ähm Und jede Menge dicke Suppe Die produziert wurde Also wir haben jetzt alle eine 13 dicke Suppe In dieser Jahreszeit Äh hergestellt Sieht man den 100% Davor haben wir 9 hergestellt Davor haben wir 9 hergestellt Davor haben wir 11 hergestellt Da hatten wir auch 2 Leute in der Küche Jetzt haben wir auch wieder 2 Leute in der Küche Und wir müssen gleich mal gucken Äh Wo ich die junge Dame einsetze Die ich jetzt mir noch dazu geholt habe Die ist ja jetzt Äh Bis auf Oh 300 Speisemorchel haben wir gekriegt Oh nicht schlecht Gibt auch gut Geld 30 Kilo Die können wir mal mitnehmen Ähm Und die Beeren haben wir hier oben auch noch ein paar Stück Gut okay Also die können wir durchaus mal Die können wir durchaus mal verkaufen Die Speisemorcheln Äh Nächstes Jahreszeit lassen wir ja auch Pilze sammeln Also die Pilzsammler sind schon mal sehr gut unterwegs Also 300 Nicht 30 300 30 Kilo Ähm Werden wir wahrscheinlich verkaufen Für 1 sind auch 300 Dann am Ende lieber da 1 zu 1 Ist ja schon mal nicht schlecht So Aber Wir wollten ja jetzt noch Ne eigentlich können wir jetzt schlafen gehen Ich muss jetzt ein bisschen Das aus meiner Hütte jetzt nehmen Und Ja das ist mein Haus hier Da habe ich glaube ich was drinnen liegen Was vergammeln darf Ne Liegenpilz genau Den nehmen wir mal in meine Tasche Salzfleisch Das können wir essen Vergammeltes Fleisch Den können wir hier mal in die Tasche nehmen Dann wird der vergammelt Und den können wir hier vergammeln lassen So Das sollte dann vergammeltes Zeug geben Und dieses vergammelte Fleisch Sollte ja dann Sowieso noch ein bisschen was anderes werden So Gut Ich würde sagen Das war seine sehr erfolgreiche Folge Wir werden uns jetzt hier hinlegen Und wir sehen uns dann wieder Wenn ich aufgestanden bin Im Sommer Da haben wir auf jeden Fall die Kohlernte Wir haben dann natürlich die Möglichkeit Wieder Kohle und Fleisch zurückzutragen In das In die In die Taverne dort Damit die dann da fleißig kochen können Die beiden die da sind Wir haben eine neue Mitbewohnerin Dere wir noch einen Job zuweisen dürfen Da muss ich mal ganz kurz gucken Bei meinen Gebäuden Wo würde ich denn ganz gern noch einen dazu stecken Oder einen mehr haben wollen Ja eigentlich in die Fischerhütte Was brauchst du dafür für Fähigkeiten Wenn du in der Fischerhütte unterwegs sein willst Details anzeigen Überleben Das ist genau die Fähigkeit die sie nicht hat Wenn ich das richtig sehe Ne doch die hat sie mit zwei Punkten Okay dann würde ich die jetzt erstmal In die Fischerhütte setzen Damit wir dann da Fischer Fische bekommen Fischer bekommen Fische bekommen Und dann hat sie auch einen Job erstmal Und tut erstmal was für ihr Dabei sein hier Und dann können wir natürlich aus dem Fisch auch wieder was machen Aufgaben verwalten Arbeit dazu weisen Genau Fischer So dann ist sie nämlich eine Fischerin Und kann dann erstmal die Fische dort rausholen Und ist jetzt mit ihrer Fähigkeit Die sie dafür braucht Eigentlich auch präsentiert Dass sie das kann Ich kann jetzt mal ganz kurz gucken In der Fischerhütte Wenn wir jetzt gucken Wollen Details Produktion Da gibt es dann Fischfleisch Sie kann dann auch gesalzenes Fischfleisch machen Da können wir ihr dann Salz Dann einfach zur Verfügung stellen Ja Keine Ahnung Also dann muss er angeln gehen Für Ich weiß jetzt nicht Wie viel Fischfleisch sie uns ran holt Das werden wir sehen Momentan steht da 0 pro Das finde ich ein bisschen eigenartig Aber okay Das kann aber auch daran liegen Dass sie da noch nicht Da ist Wir machen einfach mal 20 20 20 Keine Ressourcen Ja weil sie keinen Fisch hat Aber das wird sicher dann Keine Ressourcen Okay Keine Ressourcen Das heißt sie muss erst mal angeln Irgendwo ein Hecht angeln Oder sowas Keine Ahnung Keine Ahnung Man weiß es nicht Macht sie ein Produkt Fischfleisch Hier macht sie dann Kostet ein Rotauge Ein Rotauge hat sie nicht Also eigentlich müsste sie ja fischen Ich weiß nicht ob die mir denn jetzt Die Fische in das Lager legt Oder das Fleisch Kann sie gleich weiter verarbeiten Wir werden sehen was das so bringt Wenn es uns ganz wenig bringt Dann werden wir vielleicht mit dem Fisch Ein bisschen was machen nochmal Gut Dann Tschüss